Leute und deswegen abonniert auf jeden Fall diesen Kanal Hi Leute und ein Willkommen zu einem Video Ja, auf diesem Kanal Heute machen wir mal wieder einen Vlog Leute, tut mir leid, dass meine Stimme so am Abkacken ist Aber das wird nicht schlimm, Leute Guck mal, Leute Friedel ist auch am Start Und Leute, wir fahren gleich los Und zwar fahren wir heute an die Ostsee, Leute Mit unserem neuen Bus Dafür gibt's den Kurs Ja, Leute, mit unserem neuen Bus Okay, ich würde sagen, wir starten den Vlog Let's go So, Freunde, ich habe gerade ein bisschen Brawl Stars gepusht Im Frühjahr wüsste ich, wie meine Maske ist Wo ist die? Lachs nicht Oh mein Gott Leute, Friedel kommt auf jeden Fall mit Wir schlafen dann im Bus Ja Bis du auch noch müde Halb vorm Frühjahr aufstehen, Leute Es ist irgendwie mittlerweile Acht Uhr Irgendwas Und ich finde meine Maske nicht Digga, meine Füße Okay, warte Hast du sie? Nee So, Leute, ich habe meine Maske jetzt wieder Und ich gehe gleich südlich runter Wegen Frühstück Alter Und dann fahren wir los Da pushe ich ein bisschen Brawl Stars Und Friedel ist ja auch am Start So, Leute Frühstück War echt lecker Ja, Licht ist aus So, Leute, ich packe jetzt noch meine Maske für den Urlaub ein Wo ist die hier? Ich packe jetzt ein Und dann fahren wir los Let's go Friedel Macht sich hier schon bereit Für die wunderbare Autofahrt Und Ich auch Es wird so Gag machen Der Friedel Das ist mein Körbchen Steht hier auf jeden Fall drin Nice Wie heißt das Lied? Ähm, Botti-Klapper-Sau-Roll Das heißt Die heißt Botti-Klapper-Sau-Roll Ja, Fett, Digga Ja, man kann einfach sagen Du dicker Du fetter Botti-Klapper-Sau-Roll Guck mal, Friedel Das Lied kennt jeder Hund Ja, wenn ich weiß Wieder Du kannst den Leuten mal sagen Das ist Ja, Friedel Du kannst den Leuten mal sagen Was es ein neues Video hier auf meinem Kanal gibt Und zwar schaut auf jeden Fall nach diesem Video Da vorbei Weil, Leute Kann was euch Ähm Ein Fake-Roll Das ist irgendwie Griff, Sprout oder Bass Genau Und dieses Video endet Wenn ich sozusagen Bass Griff oder Sprout ziehe Und da, Leute Sag ich noch nicht, was passiert ist In Fake-Rolls Ja, guckt euch das auf jeden Fall an Dankeschön So, Leute Wir sind bei Maccas Hier, Leute Hier beim Wikinger Und Flugzeug Da hinten Da ist auf jeden Fall Und jetzt gibt es erstmal Lecker Essen, Karl Freust du dich? Ja Let's go So, Leute Wir gehen jetzt hier zum Strand, Leute Wir sind auf jeden Fall gleich da Und davor wollte ich nochmal sagen Dass, äh Karl, mein Bruder Parkour Ninja Bro Seinen Kanal ändern will Und zwar zu Leon Pro, Leute Ja Dann lass doch gerne mal ein Abo da Also frag nochmal Wenn Wenn halt nicht Dann ist auch okay Dann mach ich halt Weiter Videos Auf den Kanal Am Strand Ich weiß es Ich weiß es Ja, Karl weiß es, Leute Ich hab im Auto Gerade schon richtig viel geschnitten Wie Karl gesehen hat Ich saß da über eine Stunde dran Ich hab Melodien rausgesucht Ich hab alles gemacht Karl musste sich das sogar anhören, Leute Also Seid gespannt Seid gespannt So, Freunde So, Freunde Wir sind jetzt am Strand angekommen Hier, Leute Das ist auf jeden Fall Das ist ein nice Das ist ein nice Und, Freunde, Freunde So, jetzt erzähl ich euch Was ich vorhatte, Leute Und zwar, Leute Drehe ich gerade Ein heimliches Musikvideo, Leute Auf jeden Fall Richtig Wir drehen das jetzt Ich würd sagen Let's go Wir haben jetzt einfach alles fertig gedreht Innerhalb von Easy Clap Easy Clap Leute, guckt einfach hier Hier ist ein Vorwasser Und das ist so ekel Was? Ja, ich zieh mir jetzt was an Ah, wie ist das ekelhaft So, Leute Wir gehen jetzt vom Strand weg Und suchen einen Parkplatz für uns Perfekt, Digga Ja, Freunde, Freunde Wir haben einen Parkplatz gefunden Nice Und, Leute Warte, komm Das sind hier komplett nice Das sind zwei Mädchen Die würde ich gerne im Wasser schubsen Uns Wasser schubsen, Leute Das ist so geil Oh, mein Gott Sind das wohl Seht ihr diese Pögel hier? Ja, krass, Leute Auf jeden Fall Ich sag gleich, schau Weil wir gehen auch gleich pennen Weil, ja So, Leute Das war's mit diesem Video Ich hoffe, euch hat's gefallen Wenn's euch gefallen hat Dann lasst doch gerne Peace 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 Ja, klar Das war's mit dem Video Ja Leute, dann lasst doch gerne mal ein Like da Und abonniert Falls ihr's noch nicht gemacht habt Deswegen würde ich sagen Wir gehen jetzt auch gleich pennen Deswegen würde ich sagen Ciao und bis Da nächstes Mal Wenn's wieder heißt Pauli reagiert Ciao Auf Wiedersehen 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 Untertitelung. BR 2018